Yeah, 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 yeah. Welcome back. Oh, ich laufe sogar falsch. Wie ihr schon den Titel entnehmen könnt. Wir werden endlich fliegen. Also wir hatten schon unsere erste Flugstunde. Falls ihr die letzten Gameplays gesehen habt. Aber jetzt gerade haben wir uns ein Besen gekauft. Und hoffen endlich abzuheben. Wir müssen jetzt hier vorne Das sind 600 Meter. Können wir da eine schnelle Reise hin machen. Schauen wir mal auf die Karte schnell. Klappdus. Klappdus. Können wir da hin? Wir können nur hier eine schnelle Reise machen. Auch da können wir auch hin. Nein. Wo können wir keine schnelle Reise machen? Was soll das? Mist. Können wir schon irgendwie einen Besen benutzen? LB und Besen. Oh ja! Hahaha. Alter, wie geil. Wow. Alter, wir sind einfach abgehoben. Wow. Und mit was für einem Ausblick. Boah. Ich lasse euch jetzt ein bisschen mal alleine mit dem Feeling. Niesst die Musik. Wow. Wir fliegen über Hogwarts. Oh. Oh. Cool. Ah, senken, steigen. Okay. Boah. Boah. Wie geil ist das denn? Leute, wir sind endlich beweglich. Da unten ist das Stadion. Baba Feeling. Wir drehen jetzt auf jeden Fall noch eine Runde. Erkunden ein bisschen die Open World. Schneller. können wir jetzt auch zaubern während dem Fliegen was einfach wunderbar wunderschön ja guck mal wie schön sieht das nicht schön aus die kannst du mal bitte ein thumbnail machen ein Foto hatte aber erst hatte wenn das Schloss schön zu sehen ist und wie wir fliegen aber schräg schräg Junge du musst das Handy schräg halten das wäre nett ja jetzt schräg halten ein Foto hast du gemacht wei wei geil 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 willst du auch mal fliegen boah wie schön boah ein Screenshot hätte ich gleich noch mal gehört zur Erinnerung ja geht bestimmt irgendwo aber keine Ahnung habe ich versucht ich habe es gesucht aber es geht so schön aus magst du zum Stadion fliegen hier ist wieder Merlin Salazar höchstpersönlich der größte Zauberer vom Weltuniversum und der Galaxie das kannst du achso auf FAP-Mail Leute wir wissen wir müssen ja ich schicke es sofort hier ich habe nur ich fliege automatisch der fliegt automatisch Jürgen ja wir versuchen es ok wir versuchen mal mir doch egal ne mach deine beschleunigen LT halten achso genau LT wei wie schaffst du da durch wie im Film hast du gesehen Bruder wo ist der Kackhausen hier hier unten na ich wüsste leider rein ok ähm die Punkte sind lila geworden Bro wir haben ne wir haben was falsch gemacht alles gut er hat es gesagt wir haben es nicht verstanden oh jetzt haben wir es geklärt er hat vibriert es vibriert hier dieeeen du 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 geil hier drüben Länger. Da ist nur ein Takt drin. Junge. Natürlich, das Video ist viel länger. Das Video ist auch länger. Da musst du ein Lied nehmen, wo schnellere Dings ist. Das bringt gar nichts. Voll leer. Dann lieber nur diese 10 Mal hintereinander. Du hast mich verstanden, aber gib mal ein bisschen. Jetzt hast du den richtig. Jetzt hast du das, was schlecht war, zum Bericht gut gemacht. Leute, versteht ihr, man kann immer auch scheiße Gold machen. Oh, krasser Wied, so hast du gemacht. Das krasser Wied entsteht. Du, 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 du. Aber da fehlte etwas. Aber nur so. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Einfach den. Ohne irgendwelche Momentiven, noch Katz drin oder Änderungen. Nur so. 1 Minute 30 oder so. Oh, ist doch krass. Hier lang. Genau und hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Wer ist diese 1? Unseren ersten Award geben wir diesen Fan, der da ist. Immerhin nicht gern. Wenn der sich offen zieht. Hallo. Was hast du gar nicht geguckt? Leute, habt ihr gesehen? Mein Freund Ominus gone. Boah. Nein, nein, nein. Es war jetzt keine Tür. Es war ein Schrank. Der Krypta. Der hat uns teleportiert. Ich kenne den Raum. Dieser Raum steht lange vergessen aus. Ich frage mich, wofür er ursprünglich genutzt worden ist. Bestimmt für Feiz, Meiz, Heiz. Rivalium. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit ihr uns kennt. Was ist die kalle Schlafmütze? Powered Megatrank. Wir sind fast täglich hier reingeschlichen. Wir wurden erwischt. Ah, scheiße, Mann. Behindert. Ne, wir haben jetzt was bekommen, Bruder. So wieder was krasses. So legendär, mehr mystisch, mystische Ausrüstung. Wir brauchen mystisch, der Raum der Wünsche. Oder wir nehmen erst mal den hier. Okay, mies, mies, aber mies. Ja, Mann. Langsam wird's. Hehehe. Komm, es wäre auch noch ein. Was das heißt? Rustikale Schlafmütze. Der hat mehr Verteidigung, wie diese Peaky Blinder. Aber das muss sein. Ist halt so. Oh, Besen, 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 Besenverbesserung. Ja, Bro, ich, 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 ich mach Content für die Leute. Content ist aber wichtig. Ist wichtig. Was soll ich sagen? Sammlung ist unwichtig. Vielleicht. Okay, mein Bruder, du hast jetzt die Entscheidung. Hey, let's play, let's have die Entscheidung. Was nehmen wir, Leute? Super, super, super. Es gibt nur den hier noch. Aber Bro, ich benutze es nur. Du benutzt es wenig. Das kannst du, zum Beispiel, ja, das ist sowas wie Handgranate. Wie Granaten. Das sind Granaten. Aber das müssen wir, aber wir müssen es benutzen, damit wir überhaupt hier weiterkommen. Aber ich. Weißt du, guck mal, ich bin nur, ich, Junge, weiter. LB, ne? LB ist dieser Kreis. Hier haben wir jetzt diese Getränke oben. Und guck mal, wie viele Schlösser hier sind, Digga. Unsichtbarkeitstränke, Donnergebräu, Alraune, das sind so Pflanzenkackhofen, Fokustrank, Digga. Das kriegen wir gleich. Fokustrank haben wir jetzt zum Beispiel in einer Mission auch gleich. Ich kann's mir merken. Ja. Du kannst, du weißt, es geht. Weil ich es jetzt gerade spiele. Ja, weil ich es ja spiele, deswegen. Ich weiß. Genau. Das reicht mir schon. Ich kenne Omenis aus dem Gemeinschaftsraum. Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ich habe gar keinen Begriff dafür. Da hilft kein Zauber. Ich würde ihn auf jeden Fall abziehen, Alter. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ausfund? Der Video, der sieht uns komplett, was wir haben. Wir haben nichts. Guck mal, das Gesicht von dem ist überall. Gleichzeitig, äh, dasselbe. Habe ich das jetzt auch schon gemeint, gell? Er zählt das niemandem. Besonders nicht Omenis. Er hat für seine Familie... Ist Omenis? Natürlich. Omenis erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung. Ist Omenis dieser Kleine elf-mäßig? Wie dem auch sei. Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Okay, Krypta, ich verstehe. Ich bin sonst verstanden, was Krypta ist. Krypta ist der Raum der Wünsche, wo jeder Zugriff haben kann, wenn es anwesend ist. Kann man einfach nutzen. Das ist lächerlich oder das klingt gefährlich? Lächerlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber mit Konfingo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher, aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Ah, stabil. Das ist gut. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wenig. Die Beschwörung lautet Konfingo. Sei ehrlich, ich lüge dich an. Lüge! Nö. Sonst bist du mal derjenige, der mir so erwähnt. Jetzt Konfingo! Muchachos, Daniel. Was für ein Perfektor auch zu üben. Ich bin so zauber. Pervers. Ja. Ähm. Das zieht mir nach. XP Liriams. Das haben wir schon kennengelernt. Der muss es sein. Konfingo. Den nutzen wir für A. Beide sind nützlich. Aber du wirst schnell feststellen. Gut gemacht. Uh. Habt ihr gesehen? Ein bisschen heiß. Hey, das ist gut. Mir gefällt es. Du gewöhnt es dir dran. Guck mal, guck mal. Der gefäuert mir die ganze Zeit. Egal wohin. Und so. Uh. Ich glaube ich hab's. Gut gemacht. Hey. Irgendwas fehlt noch. Jetzt können wir sonst ein bisschen was entsprechen. Alles klar. Da kann man einfach. Hi. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Ja, Mann. Das ist vormals nicht krass. Als ich mit Ominus das erste Mal Konfingo übte, das wecken wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Wo geht nochmal Pause? Ähm. Mikro kurz aus. Schau mal aus. Also notes. Die Explosion heizt alles auf. Klar, dass die Augenbrauen leiden. Du wirst dich dran gewöhnen. Anne, Ominous und ich haben hier unten immer stundenlang geübt. Hier war unser Rückzugsort. Ich warte, dass mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Wenn man außerdem zweimal drückt, man verpeilt. Wenn es ihr nicht gut geht, will sie vielleicht keinen Besuch. Aber kannst du erkennen, dass es... Nein, wirklich nicht. Glaub mir, sie vermisst Horvath. Aber eigentlich heißt das Swallow. So, da musst du sein. Na gut, sag mir was und wir treffen uns. Kommen wir gleich. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Let's fly, tut mir da. Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit diesem zu tun, was du mir... Was passiert? Wir sehen den Übersprung. Oh Mann. Leute, wir wollen doch sehen, wie wir feiern, Zaubersprüche machen und nicht hören, wie der sich sein Arsch ablöst. Versprechen, dass das unter uns bleibt. Nein, meine... Meine Follower sind meine Follower. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich habe denen alles davor schon erzählt. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Butter... Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber... Du sagst mir, ich erzähle dir vorher, dann erklärst du mir, wie Feuer aussieht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Kannst du sie später... Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fick und ich glauben, dass Renrock ein Bier gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Das ist schon mal eine Fan-Gemeinschaft alleine hier. Von Hack Let's Play. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich... Hier. Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Alleine diese Zigarette. Da mittlerweile sowohl Ruckboot als auch Renrock hinter dir her sind. Du denkst, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Mach dir gut. Gib dir Mühe. Ich geh jetzt da rein erst. Dieser Ort bleibt unter uns. Hier auch rein. Wenn ich nach Feldkraft gehe, gebe ich Bescheid. Großzügig. Leute, ihr müsst kurz warten. Ich hab hier gerade einen Break, Break, Break. What? It's not a fake, fake, fake. Gib durch, gib durch. Haut mal ein paar Dings, Kaboos, Kaboos rein. Ja, der eine ist raus. Nur noch einer drin. Ich geh raus. Lohnt sich nicht mehr. Lohnt sich nicht mehr. Guck mal. Guck mal. Der ist wieder raus. Ja. In dem Moment hätten wir reagieren ein bisschen. Das war vorhin. Ich hätte einfach Strumpfhose haben. Ich hab mich gedrängt. Ich hab gesagt, mehr Leute, mehr Power hier. Ich wollte. Dann hieß es eins. Ich hab Filzmoor. Sebastian hat mich dorthin gebracht. Aber er hat mir klar gemacht, dass ich es für mich behalten soll. Riese Ratte. Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fick helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Für jemanden 8 Liter Wasser würde ich mal ein Tropfen davon bekommen. Wenn nötig. Du bist doch zu viel auf dem Weg. Es regnet gerade. Nein, da wird diese blaue Klassiker von euch. Ich brauch nur die Grünen. Du brauchst mir nicht zu drohen. Ich behalte deine Krypta für mich. Warum soll ich dir trauen? Ich trinke stille Wasser. Du hast Sebastian verraten. Ich will ihn nur in Schutz nehmen. Stabtimpunate. Er betonte, dass ich niemandem von dem Geheimnis erzählen soll. Und wir haben beste Stabtimpunate aus dem Hahn. Ich möcht' ich's einfach, ich möcht' ich's sagen lassen. Was soll man sagen? Enggebliebene Drittgeneration, dritte Welt. Amor la Amor. Sorry, man. Auftrag. Pult, heute läuft. Heute läuft alles. Ja, aber... Ja, aber das ist... Das ist nicht so heknisch, aber... Das ist eigentlich dasselbe, aber... Kommt langsam auf dich zu. Junge, aufhörst du in einem Raum mit vier Leuten? Das schaffen wir 27 Mal nicht. Ich muss sießen. Tut mir leid. Dann kommt noch ein Alarm aus. Und zu reich. O-ho-ha-schufe. Oh! Nichts gut. Ob mir eine freundliche Seele hilf? Okay, hier musst du schon EWL-Dareisen gehen. Heute wird die Liste abgearbeitet, To-Do-Liste für Hogwarts. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Tschüss. Für 15 Meter sah es viel länger aus. Niemals. Lüge. Reveilion. Lüge. Und gehe ich hier rein jetzt mal. Ach Leute, 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 Leute von heute. Wer es lesen will, kann Screenshotten. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen, Sie sind zurück. Fick. Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Der Professor Fick. Spiegel. 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 Wer in aller Welt ist Richard Jackdor. Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdors Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten. Spiegel. Und weil Jackdor der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht. Mit Piraten der Zauberkünste. Warum bin ich nicht überrascht? Amo a la Amo. Wollen wir? Amo a la Amo. Oh, und wir brauchen das Buch. Mutter Montag ist heute Freitag. Heck, let's play, Leute, hier, wir sind in der Kammer. Tatsache. Tatsächlich, wir sind echt da. Wir sind angekommen. Ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wollen wir jetzt alle gemeinsam die Kammer betreten? Wahrscheinlich, ja. Aber nein. Wartet mal. Ein Revelium. Geht immer. Uiuiuiuiui. Ganz locker. Rauf dich, Scheiße. Okay, der wixer will nicht. Was, was, bist du Mathematiker geworden heute, oder was? Äh? Ist ja nur Zahlen und Komma. Komma, stehle, mutter fucker. Was soll ich da? 50, 50 Millionen Zahlen. Also, da entschuldige ich mich für diesen Spruch. Weil ein Nicht-Arbeits, äh, Nehmer kann natürlich davon nichts wissen, wenn man irgendwelche Kommazahlen bespricht. Shit. Wenn du mir genau sagst, was, was ist, was du verdienst, was du da kriegst. Ich kann dir genau sagen, was du kriegst. Ohne, ohne... Netto. Arbeitsvertrag hast du nicht durchgelesen, Bro. Also, du kriegst keinen Mindestlohn. 14,50 Euro. Nein. Was? Mit mir? Okay, schau mal. Ich hab gehört, 14,50 Euro hat mir gehört. Vor einer war ein, jemand hat gesagt. Ja, aber hat mir jemand gesagt? Brutto. Sieht vielversprechend aus. Mit mir, ja. Für die, ja. Ja. Leute, schreibt in die Kommentare, was war das so. Was, 1 Cent oder was? 13 Euro? Das ist aber noch ein. Laba. Kein Cent teuer. Ja, und du hast eine Freimenge von wie viel? 210 oder so, gell? Du musst deine scheiß Steuern und so abziehen, unsere Faxen. Ja, also... Zieh jetzt deine Abzüge und Steuern ab. Das ist der Switch in 2 Monaten. Er ist aber so einkaltig. Jetzt kriegst du vielleicht mehr. Aber... Niemals zu wenig. Google ist Orakel geworden für Menschen, Bro. Wallah. Wer wird Krieg gewinnen? Onkel Google klärt alles. Wenn du das nur sehen könntest. Du kriegst jetzt erstmal paar Monate mehr, aber das ziehen die dir innerhalb von den nächsten Monaten aber auch irgendwann ab. Eigentlich, das ist keine Aussage. Überstunden, ja, aber du hast eine Freigrenze, du bist behindert. Freigrenze. Reveo. 15 Minuten muss noch ausharren. Okay? Okay? Das ist mein... Mentor. Professor Fick. Flug hat aufgehört. Die sind schon voll drin jetzt. Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Außergewöhnliche Flugszene. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe. Ja, aber es wird kommen, um die Gemeinschaft wieder zu heben. Das machen die im Film aber auch. Im Film machen die das aber so. Ja. Ja. Ja, wir erinnern uns. Sie und ich bei Charles sprachen vom Portschlüssel. Und von ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. Was? Was? Doch, das gibt's bestimmt. Bis jetzt. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringos. Doch, das gibt's bestimmt. Weil die Frau, die uns Besen gegeben hat, die hat doch vorhin geredet. Das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger... Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird. Was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das... Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Feeke. Kommt bestimmt irgendwann aber. Wenn du sagst Open World. Kommt bestimmt wie bei Destiny. Kommt bestimmt auch. Ja. Wow, das Krasseste. Aber das kommt bestimmt als Erweiterung. Wenn wir die Prüfungen machen wollten, trafen wir auf einen... Destiny war seit 10 Jahren draußen. Sie haben zwei, drei Jahre geplant. Bis heute noch. Und guck mal, es wird immer noch geballert. Vielleicht sind wir schon zu spät? Das kommt. Krass bitte. Glaubt mir. Ich würd machen, wenn ich diese Ausrüstung hatte. Vertrauen Sie Professor Feeke? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihren... Professor Feeke darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren... Wollen wir nachsehen? Ja. Was haben wir mit diesen Dingern? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. So, ich assozial sein, glaube ich habe mich bekannt vor. Nein. Er kommt mir bekannt vor. Ja, darf ich nicht kurz mit meinen Finger daumen? Nein. Seit sieben Minuten redet er eine Minute zu spielen. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Weil es im Auftragsprotokoll schon steht, was du machen musst. Bloß nicht. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Okay, ciao. Wow. Wir haben Auftrag abgeschlossen. Wollen wir jetzt den Teil beenden? Ja. Oder nein? Wir wissen es nicht. Es zuckt schon den Finger. Wir lassen den Hauskeeper entscheiden. Lass es mal kurz abchecken, kurz besser. Achso, eine Runde fliegen. Ganz genau. Das tun wir jetzt. Wir gehen jetzt einfach in die Karte rein. Wir beenden jetzt den Teil von dem Teil. Aber dafür müssen wir uns was anschauen. Und zwar, Leute, wir wollen eine Runde fliegen mit dem neuen Besen. Dafür bringen wir uns... Dafür bringen wir uns... Dafür bringen wir uns hier raus. Genau. Hier hören... Nee, das geht nicht. Ich will doch nicht da hin. Reisen. Alle, wir können es nicht, Leute. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Wir müssen da hin. Das nervt mich. Nein. Wir hassen es, wir. Wir können gar nichts machen, gerade weil wir beginnen mit diesen Missionen-Faxen, wie vorhin. Was ist das, was ich meine? Wir müssen kurz warten. Ja, aber da stand dann... Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Hier raus irgendwo, hä? Geht gar nichts. Wir können nicht reisen. Ich versuche mal auf Feuerstelle. Nix. Nix. Ah, warte mal. Besser. Hier oben. Aber weit weg. Hier, so. Leute, wir werden jetzt eine Runde mit Nimbus für die 27.000 fliegen. Ich übernehme jetzt meine Schlafposition. Mein Co-Pilot übernimmt die Reise nach... Oh mein Gott. Ich habe doch gesagt, besser ist hier. Wie fliege ich jetzt? Wie? Was? Was? Da! Da! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Komm! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Ich will jetzt mal hoch. Ich muss was sehen. Ja, natürlich. Ich weiß. Wie geht's nochmal? Oh! Ja, der ist besser wie der andere. Wir können ihn doch verbessern bald. Ja, so hat doch diesen Weg gar keinen... Oh! Eh! Ich weiß doch, wo der Turm ist. Rumfliegen. Da vorne leuchtet was. Wolltest du einfliegen? Willst du das? Da ist eine Hütte, eine Schwarze. Willst du das? Ein Zelt! Soll ich einfliegen? Ich weiß nicht. Ich fliege rum. Ich fliege jetzt mit dem Bergkamm entlang. Rechts Brücke. Hogwarts Express. Ah, ja, ja! Der Zug! Nee, oder wenigstens diese Kutschen meinst du, ne? Ja, aber... Aber die ist bei Hogwarts. Die sind viel zu weit weg. Was ist das in der Luft? Gut. Wie geht das? Du willst mit Besen abfallen, Bruder? Wunderfall. Rennstelle. Was? Nein, Mann! Das ist Lebensanzeige und das B sind Energieanzeige. Ja, ich kann nur Reveglio machen. Ah! Das Steuerkreuz. Aber die haben auch Bnet gemacht. Ohne Scheiß. Und jetzt? Was leuchtet das? Warum? Ah! Ich kann kaputt machen. Direkt. Was? Guck mal hier! Mir doch lieber. Ich soll ja fliegen, wir fliegen hier runter. Warte, ich geh jetzt ganz hoch. Wir gucken, wie hoch wir kommen. Wir müssen ja... Natürlich kann ich, aber... Lass mich erstmal... Der sieht nicht so schön aus, aber der ist okay. Der sieht wie ein Gesicht aus, oder? Wie von... Krass! Uh, uh! Macht der! Wie heißt diese Kinderserie mit Lokomotiven? Lagerfeuerfeuerlager! Ja, weil... Ja, wegen... Ja. Oh, darf ich jetzt hinfliegen? Und dann gibt's andere Leute? Ich weiß nicht, es gibt Leute, die lieben sowas. Wirklich. Er sagt, jetzt gibt's Filme auch bei Amazon jetzt neu. Mal gucken. Hast du geguckt aber? Hast du gesehen? Ja. Nein. Richtig, Dings. Zeichentrick, Amazon, Film, ja. Film, ja mein, neu Bruder, neu. Das war... Ich war selber vermischt. Aber diese... Diese Bild... Aber da ist gar kein Charakter... Da ist kein Charakter drinnen, wo du sagen willst, im Bild... Oh, den kenn ich. Nein. Also ich... Du bist eher diese Taktik. Also diese eine mit Binks Piloten... Ich guck nichts. Ich guck noch. 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 Ja, okay. Leute. Also Teil 9, denke ich. Weiß ich. Wenn wir... Prost of a fake Fran, one effect. Aber davor fliegen wir noch eine Runde in die Mitte. Ich guck mal. Ich weiß nicht, wie´s geht. Vier. Flieg. Brüder, fly, fly. Bis zum nächsten Gameplay abonnieren. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend.